Ja komm, dann komm dahin, wo ich grad bin. Okay, gehen wir es an. Ja komm. Gehen wir es an. Wir suchen uns eine Richtung aus und gehen runter. Also, leuchtet erstmal aus, ich baue das Eisen ab. Oh, komm, hier vorne ist so ein Baum, schau mal. Ja, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Das ist für mich lustig, ich bin direkt daneben die Lava. Alter, wie tief geht's denn hier vorne bitte runter? Ja, ich weiß nur, Eis, dass hier dieses verdammte Skelett mit tierisch auf die Nerven geht. Das ist doch kein Problem, das ist doch nur ein Skelett. Lass mal den großen, breiten Eingang, wo du grad bist, runtergehen, weil der sieht am angenehmsten aus. Ja, ist am angenehmsten, wenn da drei Skelettereiben entgegenkommen und nur Hallo sagen. Ja, das ist ja das geringste Problem. Aber lieber gehe ich so eine breite Höhle darunter, bevor ich da jetzt... Oh, da hat wieder einer fünf Level geschafft. Ja, fünf Lüge, aber ein paar wieder, ne? So. Alter, wieder drölf, aber da hinten ist Lava, ich gehe Richtung Lava. Diamanten werden ja schon mal feiner. Ich tue jetzt mal kurz die Lava hier kurz ein bisschen... ...abbinden hier. Dass da nichts passiert. Okay. Oh, da ist Gold. Oh, hallo Skelett. Äh, Skelett sag ich schon, Zombie. Oh Gott, Maffi, pass auf, hier sind Löcher am Boden, wenn du da runterfällst, ist das nicht gut. Ja, Papa, ist okay. Da wäre es nämlich fast schon passiert. Aber ganz ehrlich, da stütze ich mich jetzt runter. Warte mal, hier ist Wasser. Okay, ich helfe dir im Moment. Ach, schade. Ich muss mich helfen. Oh, sonst haben wir hier. Alter, es ist so groß. Ich gehe in die Richtung. Keine Ahnung, ich gehe jetzt einfach in irgendeine Richtung, muss ich ja gehen. Ja, warte mal bitte auf mich. Aber es müsste ein neu generiertes Ganschen sein hier, ne? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ich würde es jetzt einfach mal vermuten. Lass mich rein, ich habe wieder... Also, ich habe zwei Pfeile in meinem Hals stecken. Man schaue mich an. Ach du Scheiße, du siehst auch nicht besser aus. Ich sehe ich denn aus. Du hast zwei Pfeile in deinem Hinterkopf, einen in deinem Oberschenkel. Ähm, Moment. Also. Keinem Knie? Keinem Knie, nein. Und einen hast du mitten in der Fresse. Grandios. Bisschen Holz hattest du mitgenommen, ne? Ja, habe ich. Aber ein bisschen Unterstützung wäre jetzt vielleicht nicht schlecht. Ja, ich komme mit dir mal hier unten lang. Das war jetzt hier gerade ein Combo-Breaker, den ich gemacht habe. So einen Wegpunkt hattest du dir gesetzt gehabt, ne? Ah, ja, ich habe hier einen Wegpunkt gesetzt. Wieso hau ich das? Hallo, Kripper-Mensch. Gehen wir da unten runter? Okay. Ja, es ist irgendwie echt... Ich weiß nicht so recht, wo wir hier lang gehen sollen. Du Scheiße, wie weit runter das hier geht. Irgendwie viele Richtungen das hat, ne? Also hier ist Ende. Hier ist Ende. Ja, aber wir haben noch zehn Millionen andere Richtungen. Ich glaube, wir können echt die ganze Aufnahme inklusive der nächsten in dieser Höhle verbringen. Ja. Weil wie gesagt, länger als eine Stunde... Ich höre Lava übrigens. Länger als eine Stunde kann ich hier heute leider eh nicht mehr. So. Okay. Alles klar, ich nehme ein bisschen Eisen, nehmen wir auch noch mit. So, jetzt muss ich Eisen da oben nehmen wir noch mit. Sehr schön. Gehen wir wieder hoch. Also mein Ziel wären definitiv Diamanten. Deswegen würde ich sehr gerne so weit runter, wie es geht. Hier geht es auch noch... Ah, da, hier geht es noch ein bisschen weiter runter, glaube ich. Und draußen scheint es zu donnern. Das ist allerdings nicht gut. Warum? Wenn es donnert, kann das den Regenwald in Brand setzen. Ja. Wenn es regnet. Wenn es aufhört zu regnen, meine ich. Oh, hallo. Ich habe übrigens ein großes Lava-Loch gefunden, wo ich eventuell auch das eine oder andere Diamantchen vermute. Vielleicht. Also auf der richtigen Höhe sind wir ja schon. Ja, ich grabe mich mal hinten durch bis zum Eisen da hinten. Und vielleicht habe ich ja Glück. Vielleicht auch nicht. We will see. Ach, du Heilige. Okay. Das ist natürlich jetzt direkt... Na gut, das hat... Das hat wenig Sinn. Boah, mein Bein, ey. Junge. Und ein knatschender Stuhl. Das ist mein Sofa. Das ist die Sitzecke auf meinem Sofa, die so knatscht. Weil die so eingesessen ist von mir. Ich habe ja keinen Stuhl. Ich sitze ja immer auf meiner Couch. Und dann auch den PC dran, weißt du. Okay. Mafia, aber hier geht es noch weiter, ne? Also keine Sorge. Ja, aber ich will hier noch die Kohle ab. So, nee, warte mal. Obwohl, das ist nur Kies. Obwohl ich den Kies mal wegnehmen könnte. Darf ich bitte? Geh mal weg, geh mal weg, geh mal weg, geh mal weg. Ich habe doch meine Super Extreme Special Schaufel. Achso, ja, mach mal. Ah, nee, das geht nur mit Dirt anscheinend. Schade. Nee. Nur mit Dirt. Ist ja gay. Nee, komm, dann gehen wir wieder. Hauen wir ab. Hauen wir ab. Hauen wir ab. Nee, noch nicht. Hier oben geht es weiter. Da oben. Wo? Hier geht es ein bisschen weiter hier. Komm her. Hier oben. Ich habe da vorne auch noch was gefunden. Ich habe hier gerade irgendwas freigebuddelt. Ah, hier geht es sogar noch runter. Hier, komm mal her. Mal kurz. Auch zu einem ganz kleinen Laberloch, wo nichts weiter ist. Oh, what the fuck, wieso fallen hier Schweine runter? Vielleicht war das ein Schankfehler, dass die so kurz durchbacken. Das könnte sein. Ah, jetzt sind wir wieder hier, Phil. Und hier ist eine Kuh. Ja, die kommt doch von oben über den Felsspalt rein. Und vielleicht laufen die ein bisschen unten runter. Denk mal an einen Evil Chicken bei Gronkh. Ähm, ich habe nie wirklich aktiv sein Minecraft-Lettsplay geschaut. Was, Evil Chicken kennt man dort. Das ist doch eigentlich ein relativ... Nein, ich habe davon gehört, aber ich habe mich nie wirklich groß darum gekümmert, mich mehr zu informieren. Ich finde das Evil... Also ich kenne das Evil Chicken. Ah, okay. Ich bin jetzt wieder auf der Plattform oben, wo runtergegangen ist, wo das Wasser ist. Ich habe keine Ahnung, wo du bist, aber ich weiß... Oh, ich bin hier in dem Canyon gelandet. Na super, jetzt weiter... Warte, ich komme wieder zurück. Ich komme wieder zurück, warte. Ich sehe dich, ich sehe dich, ich sehe dich. Wo sehe ich dich? Sehe ich dich? Sehe ich dich? Hier, hinter dir. Okay, komm, fühle mich zum Canyon. Hier, komm mit. Obwohl, lass mich erstmal was essen, Sekunde. Okay, wir können. Alter, das Schäppbett draußen. Also im Spiel draußen, außerhalb der Höhle. Nicht schön. Immer da geradeaus. Aber pass auf, da sind ein paar Zombies. Interessant. Ja, also Canyon hat man das letzte Mal auch Diamanten gefunden. Würde ich sagen, rein da. So, sind wir jetzt ganz oben hier am Canyon? Ich würde sagen, ja. Oh, da unten ist Redstone. Dann sind wir definitiv auf der richtigen Höhe. Die Frage ist... Bist du da gerade runtergesprungen? Ich bin gerade da runtergesprungen, ja. Oh, ja, ich auch. Hier ist nichts. So. Noch ein bisschen Kohle mitgenommen. Gold noch ein bisschen mitnehmen. Und wenn ich das nur einfach einschmelze. Und vielleicht bei irgendeinem Händler mal loswerde. Und damit Erfahrungspunkte noch schön kriege. Alles cool, so. So. Give me all the shit. So. Alter, ist hier viel Zeug. Junge, Junge, Junge. Und viele Creeper, wenn ich mal anmerken darf. Ich habe ehrlich gesagt jetzt hier unten im Canyon gerade noch keinen gesehen. Ja, dann dreh dich, komm mal zu mir. Dann zeige ich dir, wo einer ist. So. Probleme gelöst. Oh Gott, jetzt darf ich bloß nicht in die Lava fallen. Ja, ich wäre eher ungünstig. Okay, okay, okay. Du bist da vorne schon irgendwo. Okay. Ich bin hier. Oh, hier unten ist auch noch Lava. Ah ja, pass auf, Phil. Ah ja, das mache ich mal kurz zu. Das ist ein bisschen gefährlicher. Machen wir mal die meine Fackel hin, dann ist da auch hell. Dann ist gut. Das ist gut. Warum nimmst du eigentlich das ganze Zeug nicht mit, Maffi? Ich will hier erst mal ausleuchten. Wo bist du eigentlich schon wieder? Da oben. Ich nimm das Zeug, mit dem du nicht mitnimmst. Aber schade, dass es hier keinen Diamanten gab. Finde ich jetzt doof. Ja, vielleicht finden wir ja noch welche. Abwarten. Lalalala. Wie man einfach nur so unglaublich viele Erfahrungspunkte einfach auch durch das Kohleabbau und so kriegen kann, ey. Krass. Ist hier oben noch was? Da sehe ich gerade spontan erst mal nichts. Ich gehe mal hier auf der ein bisschen höheren Ebene lang. So, vielleicht sieht man ja von hier oben aus. Und ein oder andere. Ups. So, da ist erst mal nix. Drüben ist noch ein bisschen, äh, äh, ein bisschen Zeug. Dann nehmen wir das mit. Zack. Hast du das Wasser da weggemacht jetzt? Ja, ich habe das gerade abgesteckt, weil es mich nervt. Du bist so ein Pimmel, ey. Was hat denn das damit zu tun, hallo? Ich wollte, mir war einfach so, das zu sagen. Naja. Das ist einfach eins meiner Bedürfnisse, andere Leute als Pimmel zu bezeichnen. Hast du ein Glück, dass die Smob Disguise Plugin noch nicht für 147 draußen ist? Hast du ein Glück. Wer ist denn ein grüner Pimmel? Ja, da wäre ich ein Creeper. Ah. Wer hat uns geschossen? Hinter. Uns. Wo, komm. Hat es mal aufhört, auf mich zu schlagen? Hallo, da ist Lava unter mir, pass mal ein bisschen auf. Ja, dann schlag mich nicht. Dann renn dich vor mich. Ja, das war sehr, sehr professionell, Phil. Au. So. Oh, Phil. Oh, Phil. Du wirst, diese Tat wirst du bereuen. Warum? Diese Tat wirst du bereuen, ich sag's dir. Irgendwann oder was? Du wirst diese Tat sehr bereuen. Ich weiß noch ein bisschen Eisenfeine. Was haben wir denn hier? Ist hier noch was? Ja, komm. Du bist doch gerade schon wieder, du tippst doch gerade schon wieder über den Chat. Du hast doch schon irgendeinen Plugin. Was, ich hab gar kein Plugin installiert. Wie kommst du denn jetzt da drauf? Ich überlege gerade. Ich möchte mal jetzt nach oben. Also irgendwo muss es ja noch einen anderen Zugang zu diesem Canyon geben, über den man noch weiterlaufen kann, so ein bisschen. Okay. Geh jetzt mal nach oben hoch, weil hier rechts von da kamen wir ja. Geh mal hier oben hoch und renn mal hier oben lang. Ah, da vorne könnte man zum Beispiel, da geht's. Aha, aha. Und siehe da, da ist sogar schon was. Ja, steck mal ab. Also, wenn wir mal den Wasserfall hochkommen. So. Steck das Wasser einfach mal ab, genau. Jetzt schon. Lass mich raten, hier ist nichts. Ach man, komm Phil, sei doch nicht so ein Spielverderber. Sag mal, hast du dich in den Creative Mode? Achso, nee, ich wollte gerade sagen, ey. Au. Hör mal rein. Quack, 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 quack. Gib mir mein Zeug wieder her. Quack, 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 quack. Okay, Entschuldigung. Das war dein Maffi-Modus. Mein Zeug bitte. Oh, weiß ich nicht. Ich hab dein Zeug nicht. Doch, du hast mein Zeug. Gib mir mein Zeug wieder her. Guck mal, stell Italiener, ne. Da gibt mir, guck mal, äh, fürchterlich. Die, die spaut einfach so hinter dir, diese Italiener immer, ne. Und dann, und dann kommen die einfach so und dann. Könntest du mir jetzt bitte mein Zeug wieder geben? Hört ihr diese Stimme? Die macht immer quack, quack, quack. Phil, ich sag dir, du kriegst das alles zurück. Das ist ja echt, also, also manche. Können wir es bitte jetzt mal dabei sein lassen? Manche Dinger hier, das ist ja echt komisch, du. Das ist ja, ähm. Wo bist du? Aber du bist da unten, warte mal. Äh, äh, so. Äh, das, äh, das. Äh, ich geb dir mal die Kohle. Ja, die Kohle hatte ich. Und meine Schaufel hätte ich gerne wieder, wenn's geht. Mhm. Ähm, was hattest du denn noch? Holz war noch deins. Holz war noch mehr, genau. Ich glaube, wir sind Essen. Jetzt, sobald ich mal, kriegst auch ein bisschen Dirt. Ähm, Bogen. Pfeile. Ich weiß nicht, das behalte ich mal. So, ich weiß nicht, das müsste passen. Das war's all schon, ja. Danke. Quack, 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 quack. Wie du aber auch gleich bockig wirst, ne? Sobald. Ich werd bockig. Wie kommst du nur da drauf? Oh, wie schön, wie süß. Ha, 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 ha. So, jetzt sind wir mit. So. Hier schneit es. Du musst mich jetzt nur noch herholen, ne? Äh, einfach Back eingeben. Ja, Slash Back. Warte mal, Zeug da noch direkt wieder? Ja. Zumindest ist das, was du nicht aufgesammelt hast, ne? Ich hab nichts aufgesammelt. Äh, wo liegt das Zeug denn, bitte? Äh, er müsste da liegen. Was hast du denn alles? Zeug. Ich krieg zum Beispiel noch eine Diamantspitzhacke, ein Diamantschwert. Äh, ich kriege zum Beispiel noch eine Rüstungsoberteil. Das ist kaputt gegangen. Rüstungsoberteil hab ich aber nicht. Dann ist es kaputt gegangen. Ich kriege noch Essen. Ja, Moment. Und ich kriege noch Pfeile. Okay. Und ne Schaufel wahrscheinlich noch, ne? Äh, ja, ja. So. Jetzt. Okay. So, was war ich? Jetzt sind wir Quinten, jetzt konzentrieren wir uns bitte wieder auf unsere Sache. Ich bin verwirrt. Wo mussten wir hin? Von wo kamen wir? Ich hab keine Ahnung, Phil. Ja, aber komm jetzt. Ich weiß noch, wo es mal angeht. Ich hab da was gesehen, vorn. Ziemlich nahegehend Anfang hier. Nehme ich da oben. Dann brauche ich irgendwas zum Hochbauen schnell. Dirt. Nehmen wir Dirt. Ich hab übrigens meine Leben noch. Also Quatsch, meine Level. Also durch Sterben gehen die Level anscheinend irgendwie nicht. Nein, das ist durch Essentials. Durch Essentials, so? Okay, das ist gut. Äh, Fackeln. Ich krieg noch Fackeln. Ja, warte. Nur oben, Mist. Ich hab aber nur noch 30 Stück. Aber ich glaub, das kann man fast vergessen. Ich glaub, viel ist hier oben nicht. Aber sagst, geh mal raus aus dem Canyon und geh dann halt woanders nochmal schauen. Alles klar. Also ich hab ja genug Holz dabei. Wir können uns so gerne neue Fackeln machen. Ja.